Jo Leute, was geht ab heute ein neues Video mit? Wir haben gerade so ein Video gedreht, es ist so eskaliert, sag ich euch. Er hatte keinen Bock mehr auf die Seite. Das kann doch nicht! Ich hab Schnuck auf. Das kann doch nicht wahr sein! Der kommt, der macht ja. Alles! Hä? Glatzfahrrad? Ich hab ne Glatzfahrrad bekommen. Auf jeden Fall sind wir nicht so viele Videos bekommen, weil wir einfach keine Zeit haben wegen Schule. So, also eigentlich hauptsächlich ich. Hauptsächlich, nein, eigentlich hauptsächlich. Hauptsächlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, Schule hast recht. Ja, eigentlich doch Schule, ja. Mann, ey, dann kriegt man wieder meine 100 Brust. Das hat die weg. Mann! Ja! Mann! Wann? Letzten Moment hab ich doch... Hab ich doch so ne Sprache gehabt. Jo, wo ist das? Boah, wie war das? Ich war wieder wie ein Adler. Oder? ich dachte du bist ja gerade so ein tortschild du gehst vor du bist das kann nicht wahr sein das war fakeshop nein das war auch fakeshop als was was wir tun Wieso fliege ich da, kannst du mir was sagen? Keine Ahnung. Wieso hast du so viele Punkte? Keine Ahnung, zwei Paraden, drei Schüsse und zwei Tore. Digga, gar nichts, ich hab alles Null. Ich schwitz mal wieder wie ein Schwein, ich weiß nicht warum. Und ich treffe den Brust halt nicht. Ich hab alles Null und du hast alles mindestens doppelt, bis auf Vorlagen. Kannst du auch keine Vorlagen haben, weil ich kein Tor gemacht habe. Oh Bebe. Junge, was ist denn hier? Ich hab Abspruch, fast kein Beschissen oder was. Nein! Ja, weg, 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 weg. Nein, lass ihn doch da aufticken. Das wird doch ein Tor. Du wirst einfach nur gewinnt. Geht ganz schnell eigentlich. Doch, wir haben ausgetauscht. Hast du es von deiner Oma? Ja. Ich auch. Ja, nicht von deiner Oma, aber von meiner, ne? Weil ich wollte ihn da noch aufhören. Ich hab gesagt, bitte beruhigen da nicht. Und da habe ich ihn selbst gerückt. Ja, aber hätte er ihn nicht beruhigt, wäre er rausgegangen. Er hätte schon noch rausgepickt. Oh, schau doch auf. Oh, schau doch auf. Das ist Shizu, ist der nicht. Was? Hä? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn hier im Himmelblau? Ich hab das auch im Himmelblau. Ich hab das auch im Himmelblau. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, der eine ist abgab, glaub ich. Boah, ich hätte nicht gedacht, was ich noch habe. Ich weiß nicht warum. Wenn dein Zehn ein Meter langes Kabel wäre auch nicht möglich. Boah, Outplay. Mann, wie schnell geht der denn hoch? Der Wagen fliegt so schnell. Weil ich... Was? Ich bin schon gut mit Pfennig, oder? Jo, das... Na, alles kurz. Wie heißt dieses Wandschießen da? Heißt es Nudelschießen, wie Arthur sagt? Oder... Heißt es, keine Ahnung, normal Wandschießen? Was soll ich von Jason? Dann guck dir mal die Vorlage am Kanal. Da kam schon mal so. Da kommt der Verrückte an. Mann! Ich wollte doch verrückt tun. Und dann... Bist du mir im Weg. Alles gefahren. Mal wieder. Nein! Warum passiert mir das immer? Wenn es so einfach ist, dann treffe ich den Ball hin. Habe ihn zerstört. Einfach nur. Einfach mal aus. Oh, wieso schützt du mich? Nein! Einmal! Oh, Junge. Ja, Leute. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Keine Ahnung, welche Runde das ist. Wir sind jetzt in der nächsten Runde, sag ich mal. Deshalb gesagt. Und... Ja. 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 Das kann nicht wahr sein. Geh mal nach der Runde gleich trinken. Also den Tieren. Nein! Ein Schotter ziehe ich nicht. Ich wollte einen Stehen treffen, aber da habe ich nicht getroffen. Egal, war alles geplant. Ich habe einen Stehen deshalb auch einen Blumen einsch dienen. Ja. Du bist nur ein Blumen. Leute, ja, was ich euch noch sagen wollte, ist, wir werden in... Das werde ich auch noch nicht reinschauen. Einfach. Leute, was ich euch sagen wollte, ist, wir werden in Osternferien durchziehen. Glaube ich mal, ja. Und ihr habt gerade gesehen, da wir haben Torquatschule. Ja, ihr seht, nein, ihr habt es nicht gerade gesehen, ihr seht es gerade oben. Schönes Ding, jetzt sehe ich auch immer noch mal oben, dass ich ein Tor gemacht habe. Ich mache ja mal wieder auf 5-fachen Südwestseite, wo ich da 2 Jahre lang bin. Und wegen den Arena-Videos, wie gesagt, Vater macht nicht alles so was. Und deswegen kommt es vielleicht später, aber gar nicht weiter. Vielleicht werden wir das irgendwann nachholen oder so. Boah, können wir ja gar nicht, weil wir schon Arena gespielt haben, oder? Ja, ich meine, wir werden vielleicht weitermachen. Aber ich glaube, wenn die Season neu anfängt und die Arena-Points zurückgesetzt werden, dann wird es viel, könnt ihr, könnt ihr viel, dann werden viele Videos, glaube ich, kommen. Über Arena. Also, wir werden keine Serie, glaube ich, machen. Aber... Ja, wir werden einfach nur Arena-Videos zu machen. Wir werden, wir werden Videos machen und nebenbei Arena-Zocken, sagen wir es so, ja. Oder wir machen halt auch Arena-Süß, was war das, bitte schön. Bis mir einer in die Köpfe geschrieben hat, boah, ihr seid zu krass. Aber das meint ihr eh so oder so mit Ironie, sag ich dir. Aber das war keiner, der uns... Hat da jemand wirklich in die Kontakte geschrieben? Ja. Ja. Oh, halt dich, Alter, der mal mit uns spricht, Alter. Mann, das kann doch nicht sein. Wir haben gerade kein Spiel verloren. Du bist einfach die Gangs. Mann, dieser Schluckaufschreiß nicht aus. Ja, der geht's. Fett wie ein Totenschuh, wenn ich. Oder auch nicht, weil du da das bist. Fett wie ein Totenschuh. Pfeffer ihn weg, Pfeffer ihn weg. Jetzt am einmal hat er das so gemacht. Ich hab' gar nicht noch gedacht. Fett wie ein Schokolade, Toccips, Toccips, Toccips. Ey, ich dachte, ich hätte den noch gemacht. Ich hab' bestimmt gesagt, Toccips, Toccips. Schätze, Toccips. Aber ich war ja, wir haben Tokus. Ich bleib' mal lieber am Tor, weil wir jetzt viel... Jetzt. Ich hab' nichts gesehen. Meine Augen waren zu. Zu viel Pfeffer an deinen Augen. Ja, mein Pfeffer. Ich hab' ihm zu viel weggepfeffert. Äh, du gehst. Jetzt pfeffer' ihn nach vorne. Die letzte Aktion, nach vorne, Jungs. Immer, immer, Salam Aleikum, Freunde. Hier soll er einer. Das war voll. Mann, das war auch wieder zu spannend für mich. Ich weiß nicht, warum. Weil wir das gewinnen müssen. Wir müssen zwar nicht gewinnen, aber ich möchte es gewinnen. Weiß nicht mal. Der wird gut rein. Ja, bestimmt. Der wird gut rein. Guck mal, wo der jetzt gelandet ist. Ja, wo soll ich denn? Der kann nicht hell sehen, oder was? Ja, ja. Du bist eine hellseherin, oder wahrsehenderin. Keine Ahnung, wie man das nennt. Äh, ich bin eine, keine sie. Ja, ist mir egal. Gott, also. Man weiß es nicht. Vielleicht. Keine Ahnung, aber du bist bestimmt eine sie. Oh, ja. Geh weg, geh weg. Mann, kannst du mal aufhören. Geh doch weg. Geh gang. Du hast ihn nicht zerstört. Und das, was vom Video eins geführt hat, lassen wird. Oder wie immer. Mac操 Bayern. Bis zum nächsten Mal. Solutzer, b Mai. Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede. Wenn du wärst die Chool-A Mal. blindinnen ist ein representations-Jede-Jede. Wast gesch attorney. Sp nursing-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede-Jede. Wie immer. Meldigreich sie Elliot. Vielen Dank.